Heute sind wir eingeladen bei Unilever, weil sie einige Jobs zu besetzen haben und die werden wir uns natürlich aus weiblicher Perspektive ganz genau anschauen. Ich bin immer für mein Team da. Also wenn du was brauchst, einen Input, einen Ratschlag oder mal den Rücken stärken, ich bin hier. Meinen Job gibt es in Summe viermal. Drei von vier Positionen sind mit Damen besetzt. Zum einen ist es ein Job, der sich ganz viel im digitalen Bereich abspielt und zum anderen ist es ein neu geschaffener Job. Das heißt, der oder die zukünftige Mitarbeiterin bei uns im Team, die wir doch ganz viel selbst noch gestalten können. Es ist ein sehr nettes, freundliches Miteinander, sehr umgängig alle. Also man kann mit allen einfach super nett sich unterhalten. Im Face-to-Face ist mir einfach wichtig, dass jemand authentisch ist. Also dass man offen ist, vielleicht auch neugierig. Miteinander.